Moin Sie Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog und zum zweiten Tag der diesjährigen Intergalactic Aerospace Expo. Hier können wir uns New Beverage so ein bisschen bei Nacht angucken, deswegen habe ich hier ein bisschen früher reingeschnitten heute. Zweiter Ausstellungstag, Roberts Space Industries, die machen ja eigentlich Schiffe für den alltäglichen gebraucht, damit haben sie angefangen. Eigentlich sehr vielseitige, bodenständige Schiffe, nichts super krasses, aber auch keine schlechte Qualität. Irgendwo Mittelmaß, aber qualitativ noch hochwertiges Mittelmaß tatsächlich. Und inzwischen haben sie aber auch ein paar Spezialistenschiffe dabei, wie zum Beispiel die Mantis. Und das schauen wir uns heute einfach mal an. Und ja, ich lade jetzt einfach zum Expo Space hoch und dann können wir uns die Schiffe gleich angucken, wenn ich da bin. Ah, das hier hatte ich gestern gar nicht gesehen. Zwei neue Schiffe, die natürlich heute nicht dabei sind, aber hier von Crusader, der Aerys Starfighter, einmal als Iron und einmal als Inferno, glaube ich, Version. Und der Redeemer wird wohl auch dabei sein, die Redeemer von, soll ich euch jetzt anlügen? Ich vermute, es müsste ja der Aegis sein und damit morgen dran sein. Ich hätte eigentlich Anvil getippt, aber es ist nicht Anvil. Ich weiß gar nicht, zu welchem Hersteller der Redeemer gehört. Daran wurde ja auch unheimlich lange gearbeitet, auf jeden Fall. Von daher, keine Ahnung. So, wo müssen wir denn heute hin? Warte mal, ich schau mal hier gerade nach. In der Apex Hall. Achso, ah, okay. Man hat dann also, ah, die wechseln dann immer so und sind zwei Tage tatsächlich da. Ah, okay. Das ist natürlich praktisch. Ich dachte schon, dieses Jahr ungewöhnlich. Die Hersteller wechseln sich täglich ab. Aber ne, die sind einfach so versetzt. Einmal die Zenith Hall, wo wir gestern waren und einmal die Apex Hall, wo es heute hingeht. Und das heißt, heute hätte man auch noch die Gelegenheit, sich die Anvil-Ausstellung anzugucken und morgen hat man dann halt noch dementsprechend die Gelegenheit, sich Roberts Space Industries Schiffe anzugucken. Man muss halt nur in die richtige Halle. Der Eingang sieht hier natürlich erstmal relativ gleich aus. Hier spielt eine Werbung für ein RSI Schiff. Achso, echt? Die Werbung kenne ich gar nicht für die Constellation. Das ist die Phoenix, oder? Ne. Oh, okay. Das war der Taurus Trailer. Ich sag ihn KP-Ausstellung. Lichter, ähnlicher. Hammer. Gegen 27,-io. Wir müssen uns aber einsτεin. Hier wurden tatsächlich neue Werbetrailer aufgenommen. Die werden wahrscheinlich auch im Spektrum hochgeladen sein. Interessant, ne? Also die Mantis hatte ich ja vorhin schon angesprochen, eins von diesen spezialisierten Schiffen. Quantum Interdicta. Und da haben wir gerade gesehen, wie sie einen Caterpillar rausgeholt hat. Okay, jetzt loopt es hier. Wie sie einen Caterpillar rausgeholt hat aus dem Quantum Travel. Und wir fangen uns das hier einfach mal an, auch wenn die Werbung da hinten natürlich furchtbar laut geschaltet ist. Das war gestern auch schon da, ne? Da hat es jemand verpasst, aus dem Fahrstuhl auszusteigen. Kann passieren. Ja, okay, ähm, also da, das war einfach nur nochmal die Erklärung für die Installation da vorne. Die Hologramminstallation. Hier mit dem Sternhemmel natürlich auch schön gemacht, auf jeden Fall. Expand what's possible. Ja, meinetwegen. Also haben wir hier was Neues. Dreams Accomplished. Ah ja. Ja, da haben wir es, ne? Also Robert Space Industries, die haben mit der Zeus, war das glaube ich, stand das Ziel. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst so richtig. Ne, aber mit der Zeus haben die halt den Quantum Drive eingeführt. Und seitdem kann man sich hier vernünftig bewegen zwischen den Sternen. Ich drehe das mal so ein bisschen, das Hintergrundgeräusch hier so ein bisschen runter. Und dann dränge ich mich hier mal dazwischen. Entschuldigung, meine Herren, ich würde mal gerne. Ja, da sehen wir es, ne? Hier unten die Scorpius, die habe ich gestern gesucht, den Namen, ne? Dachte Mantis, aber ne, Mantis ist es nicht. Scorpius ist der direkte Mitbewerber für die Hurricane. Die Perseus haben wir hier als Hologramm schon wieder. Und die Polaris dann wahrscheinlich auch. Hier oben haben wir die Constellations. Das ergibt durchaus Sinn. Und dann haben wir drüben die Auroras und die Mantis. Also viel gibt es hier heute tatsächlich gar nicht zu sehen, leider. Das ist ein bisschen schade. Und da fangen wir vielleicht einfach wieder unten an. Also die ganzen Constellations, ich weiß gar nicht, letztes Jahr war ich, glaube ich, sowohl in der Phoenix als auch in der Andromeda drin. Wir können uns die Taurus vielleicht angucken. Die ist ja jetzt neu dabei. Müssen wir mal rausfinden, welche das ist. Von außen sehen die ja alle quasi gleich aus. Hier links haben wir die Aquila, die Explorationsvariante. Dann müssen wir mal schauen. Das rechts, würde ich vermuten, ist die Phoenix. Kann ich das irgendwie rausfinden? Nee, ich denke nicht. Mit der Hähnlackierung auf jeden Fall. Das ist die Phoenix. Und ansonsten sind die halt sehr schwer zu unterscheiden. Von außen erst mal. Wir schauen mal, welche welche ist. Das finden wir raus. So, smallest to biggest. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, Robert Space Industries von jeher. Neben der zivilen Sparte, wo sie halt diese auch mittelklassische Schiffe anbieten, auch die militärische Sparte immer dabei. Since its introduction in 2712, the RSI Constellation has been reimagined countless times, proving itself as buried and long-lived as Robert Space Industries itself. It has been a cargo hauler, an explorer, a luxury liner, and more. When asked, what's next for the Constellation, RSI designer Deschandra Lewin said, Whatever it is, it will always strive to bowen. Zerobations with fantastic features that pilots have come to rely upon. Ja, das halt. Ich fasse das eigentlich ziemlich gut zusammen. Ah, okay. Und das hier sind dieselben. So, dann tune ich das wieder so ein bisschen raus. Und wir gehen mal direkt nach unten. Schauen uns dort um. Gibt's ein Schild? Ja, hier gibt's ein Schild für die Aquila. Tatsächlich. Ach, das gucken wir uns an, wenn wir mal hochkommen. Und dann machen wir hier einmal so die Runde und gehen danach in die Nebenhalle mit der Mantis und den Auroras. Aber hier unten sind, glaube ich, die Schiffe, die am interessantesten sind. Also ich weiß nicht, die Taurus, ob sich jemand dafür interessiert. Da wurde halt eine Menge abgespeckt im Vergleich zur Andromeda am Bewaffnung und Ähnlichem, um mehr Laderaum zu schaffen und den Preis einfach noch ein bisschen zu senken. Also die hat, glaube ich, 150 SCU-Ladekapazität. Also wenn man da einen guten und auch stabilen Transporter einfach sucht, um, was weiß ich, als Frachtkapitän anzufangen oder so, dann ist das schon das Richtige. So, hier haben wir die Ursa-Rovers. Die kommen, warte, jetzt muss ich gerade überlegen, kommen die standardmäßig mit der Carrack oder nicht. Ja, das Ding ist halt tatsächlich vielseitig. Wir haben halt hier diese kleine Tür einmal auf jeden Fall. Kann ich die schließen? Ich glaube, ich kann die gar nicht zumachen. Ah, hier. Na, also wir haben diese kleine Tür. Wir haben hier hinten eine große Rampe auf jeden Fall. Was natürlich schon mal ganz cool ist. Dann haben wir hier diese vier Sitze auf jeden Fall für Personen. Die kann man halt auch hochschmeißen. Jetzt habe ich mich hingesetzt. Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte den Sitz eigentlich wieder zuklappen. Die kann man halt auch hochklappen. Genau, so. Und dann hat man hier, ich glaube, sechs SCU sind es sogar, die man hier hinschmeißen kann. Immer eine SCU vor jedem Sitz und dazwischen noch eine. Und außerdem haben wir hier so einen kleinen Schrank, auf jeden Fall, wo man noch einen Raumanzug reinschmeißen kann. Wir haben Waffenständer. Da müssten hier drüben genau auch welche sein, auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmal extra abgekapselt den Pilot. Da müsste man natürlich hier, beziehungsweise den Fahrer und den Beifahrer, der dann auch den Turm, den sieht man den von hier aus, nee, der ist auf der rechten Seite. Der ist ganz interessant untergebracht. Das hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch schon gezeigt. Ja, die sind halt nochmal abgetrennt. Da müsste man natürlich die Tür verriegeln können, weil wenn man hier hinten halt Atmosphäre reinlässt, dann soll vorne der Fahrer nicht unbedingt ersticken müssen. Blöd ist natürlich, man hat hier irgendwie nur Platz für einen Anzug, glaube ich. Also die Leute, die hier hinten einsteigen, müssen auf jeden Fall schon richtig ausgerüstet sein. Wenn die sich da reinsetzen. Und hier der Turm, der ist halt erstmal so verstaut, ein bisschen dicht hier an dem lenkbaren Vorderrad. Und fährt dann einfach nach oben. Und ist halt frei drehbar, vom Beifahrer bedienbar. Das ist, ja, schönes Design eigentlich. Also der ist relativ kompakt für das, was er bietet einfach. Der ist gut gepanzert. Geschwindigkeit ist auch in Ordnung, würde ich sagen. Das Ding, da kann man sich auf jeden Fall antun. Und als Konkurrenten hätte man im Moment dazu als geschlossenes Fahrzeug den Origin G12. Der, ja, muss man sich halt überlegen, der kann zwei SCU nur laden, zwei Personen rein. Ist ein bisschen schneller, ist nicht ganz so dick gepanzert. Der Stil von dem Ding ist dann natürlich auch Geschmackssache, auf jeden Fall. So, hier haben wir dann die Polaris, auf jeden Fall. Das ist ein, ja, Patrouillen-Kreuzer-Korvette ist es, glaube ich, tatsächlich. Ja, also eine Patrouillen-Korvette. Und Hauptbewaffnung sind Größe, oh, jetzt muss ich euch wieder anlügen, bestimmt. Kann man alles auf jeden Fall nachschauen. Größe 10 Torpedos hat das Ding, glaube ich, als Hauptbewaffnung. Hat ein paar Türmchen dran, auf jeden Fall. Ist für seine Größe relativ schnell, hat eine gute Reichweite, ist vielseitig, hat einen sehr guten Scanner, auf jeden Fall. Der ist Capital-Sized, der Scanner. Also es ist halt ein, ja, Patrouillenschiff und eigentlich zum überraschenden Ausschalten von Großkampfschiffen gedacht, das Ding. Länge habe ich im Moment nicht für euch parat. Ich denke, so um die 150 Meter sind das. Was das Schiff groß ist, braucht dann natürlich auch ein bisschen Crew auf jeden Fall, allein schon für die Türme. Und bei so einem großen Schiff will man natürlich auch jemanden, vielleicht auch zwei Personen an Engineering-Stationen haben, damit die sich halt um die Schäde, um die ganzen Subsysteme und sowas kümmern, Energieverteilung. Das wäre halt wichtig, also ein bisschen Crew-Anforderungen hat das Ding schon, aber es sieht tatsächlich gut aus. Hier auf dem Hologramm verschwinden immer ein Haufen Details und so. Das Cockpit ist hier vorne. Aber das Ding sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus, stromlinienförmig. So, dann haben wir hier eine Nummer kleiner, die Perseus. Das Ding hat Größe 6 Kanonen, wenn ich mich nicht irre. Ist als, was ist denn das eigentlich, Gangship, ja genau, als Gangship klassifiziert. Die Brücke, ist da oben das, hier, das da, ist die Brücke. Also das Ding ist auch ganz schön groß eigentlich. 90 Meter, glaube ich, hat das, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn ich mir das so angucke. Ich weiß nicht, 90 Meter kommt bestimmt hin. Hat halt vorne diesen großen Turm mit den zwei, ich glaube Größe 6 Kanonen. Hinten, unten, da ist er, hat einen identischen Turm. Ja, und das Ding ist langsam, unbeweglich, schwer gepanzert, verlässt sich halt auf die Türme. Es hat, glaube ich, hier eigentlich auch noch so Fliegerabwehrtürme. Genau, da ist einer und ich glaube, oben drauf ist auch noch einer. Irgendwo ist noch ein zweiter. Auf jeden Fall hat es halt hier noch diesen, ja, Jägerabwehrturm, damit sich da nicht einfach ein Jäger hinten ransetzt an das Schiff und das die ganze Zeit nervt. Ja, das ist schon ein ganz gutes Ding. Genau, da oben sehen wir den zweiten Turm. Also es ist ganz gut geschützt. Es, ja, ich weiß nicht, für wen sich das Schiff richtig lohnt tatsächlich, weil man braucht natürlich ein bisschen Crew für die Türme. Das ist klar, dann will man wahrscheinlich auch wieder einen Engineer haben. Piloten braucht man, dann braucht man noch einen Käpt'n, um das Ganze zu koordinieren. Das dürfte auch klar sein. Und dann ist man halt langsam, sodass man als Bounty Hunter wahrscheinlich die Schiffe überraschen muss, auf die man es abgesehen hat. Und aber zum Beispiel zum Konvoi verteidigen oder sowas würde sich das Ding anbieten. Ich weiß halt nur nicht, ob man da genug Geld macht, um das Schiff dann zu unterhalten tatsächlich. Das weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Aber es ist halt relativ eingeschränkt in dem, was es kann tatsächlich, würde ich behaupten. Aber es ist ein Schiff, das einfach auch gut aussieht, finde ich. So, und dann haben wir hier die Scorpius, den Jäger, der halt die Alternative der Konkurrent der Hurricane ist. Ist natürlich optisch erstmal ein ganz anderes Design. Funktional ist es auch ein bisschen anders, auf jeden Fall. Denn wer es gerade gelesen hat, es gibt diesen Turm. Der ist halt da oben, dieser Turm. Das sind genauso wie beim Hurricane Größe, was sind das, Größe 3, Größe 4 Geschütze auf jeden Fall. Vier Stück, also so erstmal wie beim Hurricane. Das Ding ist aber remote controlled. Wir haben hier vorne im Cockpit zwei Menschen hintereinander zu sitzen. Und der Turm hat aber die Besonderheit, dass er auf dieser Schiene hier komplett einmal nach unten fahren kann. Also der hat zwei Positionen, aus denen er fahren kann. Einmal diese obere Position, in der er sich jetzt befindet. Und einmal die untere Position. Und zwischen denen kann man halt wechseln. Das dauert zwei, drei Sekunden irgendwie, bis der Turm da runtergefahren ist. Und dann kann man halt zum Beispiel Bodenziele günstiger beschießen. Oder halt Ziele, die sich hinter, unter einem befinden. Einfach generell kann man da ganz gut machen. Hat dann natürlich nicht so viel Feuerkraft nach vorne in dem Moment. Weil aus der Position hat man halt einen sehr eingeschränkten Winkel. Also eigentlich wirklich nur für Bodenbeschuss nach unten. Die anderen Größe, ich glaube es sind Größe 4 Kanonen tatsächlich. Ich bin mir nicht so sicher. Befinden sich hier aber am Ende von diesen X-Flügeln. Also deutlich weniger gut geschützt. Als bei der Hurricane. Dafür sind zwei Kanonen mehr einfach. Na das muss man halt auch so sehen. Also ein bisschen mehr Feuerkraft bringt das Ding. Ist ein bisschen beweglicher. Nicht ganz so gut geschützt dafür. Aber die Unterschiede sind glaube ich recht marginal tatsächlich. Also für welche der beiden Varianten man sich dann entscheidet. Kommt wahrscheinlich wirklich drauf an. Ob man halt ein solides, stabiles Schiff wie die Hurricane möchte. Oder halt so ein bisschen Extras. Also technische Extras und Gimmicks sage ich mal. Und dafür in Kauf nimmt, dass die pilotengesteuerten Geschütze halt ein bisschen exponierter sind. Und man generell nicht ganz so gut gepanzert ist. Aber alles in allem. Also wahrscheinlich eher eine Stylefrage. Ob man jetzt Hurricane oder Scorpius präferiert. Auf jeden Fall ein hübscher, ich weiß gar nicht als was zählt, mittlerer Jäger. Vielleicht steht das hier irgendwie. Ach schwerer Jäger. Also ganz hübscher, schwerer Jäger auf jeden Fall für zwei Personen. Genauso wie die Hurricane. Kann man sich auf jeden Fall mal antun. Und dann latsche ich jetzt wieder hoch. Und dann gucken wir uns gleich die Constellations an, würde ich sagen. So, hier vorne haben wir sie direkt. Die Constellation Aquila. Die Forschungsvariante, die Erkundungsvariante. Tauscht den oberen Turm. Das können wir uns nachher noch angucken. Tauscht die gegen einen Sensorturm ein. Also Geschützturm gegen Sensorturm eingetauscht. Ansonsten ist die genauso wie die Andromeda ausgestattet vom Prinzip her. Hat halt ein anderes Cockpit. Eins, das ein bisschen runder ist, ein bisschen schöner. Soll halt diesen Rundumblick, das Panorama, auf das man dann beim Erkunden trifft, ein bisschen besser hervorheben. Man hat diese schönen großen Fenster hier an der Seite. Die finde ich halt echt gut bei dem Schiff. Also man hat da vorne halt ganz viel Glas drin. Es ist jetzt nicht so wie bei einer 600i oder sowas. Oder was hat noch die Crusader Star Runner. Hat halt auch ein sehr schönes Cockpit, ohne irgendwelche Streben. Die Constellations, man sieht es auch in der Variante, haben halt sehr viele Streben vorne am Cockpit. Also da hat man halt nicht diesen ununterbrochenen Blick einfach auf die Umgebung. Aber ausreichend, würde ich sagen. So, was haben wir hier drüben für eine Variante? Das hier ist die Andromeda. Also die Standardvariante, würde ich sagen. Das Gunship, ganz viele Raketen dran auf jeden Fall. Die Geschütze oben und unten am Turm. Frachtraum ist auch noch akzeptabel. Ich glaube 96 SCU kann es sein, ungefähr. Der hat einen kleinen Jäger hinten dran. Also so ein Snap-Chip, da können wir mal drunter gucken. Das dockt hier hinten einfach an. Das hier ist die Archimedes, glaube ich. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf. Da gibt es zwei Varianten. Einmal die P72, die ist an der Phoenix dran. Und einmal die P52. Und eine davon ist die Archimedes. Und der andere Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Turm oben, Turm unten. Dann Geschütze an den Seiten auf jeden Fall. Das Ding hat ordentlich Wumms drauf, auf jeden Fall. Das sind da diese Geschütze da an den Natzellen. Die sind Größe 5. Wenn ich mich nicht irre. Und außerdem hat das Ding halt noch ein paar Raketen dran. Also hat einen großen Schild auf jeden Fall. Ist einigermaßen gut gepanzert. Hat halt hier diese Klappen für VTOL. Ja, Propeller sind das tatsächlich. Also keine Düsen irgendwie. Sondern es sieht aus wie Propeller. Ist eigentlich ganz nice das Ding. Wenn man halt so ein bisschen auf dem industriellen Look auch steht. Wir werden es in der Taurus, die ist vom InDesign her relativ identisch, würde ich vermuten. So, das hier ist die Taurus. Klappe, äh, klettern wir gleich mal rein. Ja, hier die Taurus, die ist halt relativ identisch. Die hat den Jäger hinten nicht dran. Ich weiß gar nicht, ob die auch einen Turm weniger hat. Ich würde vermuten, also früher ja, aber ich weiß nicht, ob der inzwischen nachgerüstet wurde. Hier hinten kann man halt keinen Jäger ankoppeln, sondern dafür hat man hier ein bisschen mehr Fracht. Das sind 150 SCU. Ist jedenfalls so meine Information jetzt. Ich weiß nicht, ob die noch ganz brandaktuell ist. Aber ansonsten ist sie relativ identisch zur Andromeda. Und dann haben wir hier die Phoenix. Da gucken wir von außen einfach einmal drauf. Die hat halt hier so einen leicht anderen Jäger. Das sieht man auch schon direkt. Da, der sieht anders aus. Ist vorne ein bisschen anders geformt. Ein bisschen größer das Ding. Er hat ein bisschen mehr Bewaffnung. Hat, glaube ich, hier vorne... Der andere Jäger hat hier vorne auf jeden Fall Bewaffnung. Hat der hier, glaube ich, nicht. Also andere Konfigurationen auf jeden Fall. Der P-72, nicht der P-75. Aber ansonsten ist das Ding auch ähnlich ausgestattet. Ist halt innen drin, aber komplett anders. Also innen drin ist das Ding halt wirklich der pure Luxus. Und dann sehen wir hier nochmal die Kanonen an der Seite unten. Oben sind die halt auf diesen Nacellen drauf. Und da gibt es noch ein Türmchen oben, ein Türmchen unten. Und da ist das Ding halt rundum sehr gut geschützt. Ich würde hier mal gerne lesen wollen, danke. Na, da haben wir sie, die Phoenix. Ja, als Touring-Schiff. Und das Ding ist innen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich die gezeigt. Ach, vorletztes Jahr. Letztes Jahr konnte ich ja nicht. Da war das Schiff kaputt. Warte mal, hier muss es irgendwo einen Knopf geben, denke ich. Ja, innen drin ist das Ding halt purer Luxus mit Marmor und allem drum und dran. So, da sind wir hier direkt vorne am Cockpit angekommen. In der Taurus. Da setzen wir uns mal rein. Hier, Turm unten, Turm oben. Ist derselbe Zugangsschacht hier. Da kann man direkt in den unteren Turm reingucken. Oberen Turm sehen wir auch den Sitz. Und dann können wir hier diese Rundumsicht sehen. Also man hat gute Sicht. Nach überall, das sehen wir auch gleich vom Sitz nochmal. Die sind halt in der Ausgangsposition nach hinten gedreht. Also wir haben hier den Captain-Sitz. Dann haben wir da Pilot, Engineer, irgendwas, wie auch man immer das aufteilen möchte. Achso, das hier heißen die alle Pilots-Seed heute. Hier ist der Co-Pilot-Seed. Und das hier ist auch ein Co-Pilot-Seed. Okay, gut. Da können wir gleich mal gucken. Hier die Rundumsicht, die ist nämlich gar nicht schlecht, muss man sagen. Man hat halt eine Menge Streben. Und zusätzlich hier oben noch diese Displays hat man hier oben halt noch. Die auch so ein bisschen im Weg rumgurken. Ja, aber ansonsten ausreichend. Eine Menge Streben dabei auf jeden Fall hier oben. Das hätten sie auch ruhig noch verglasen können über den Seitenfenstern, finde ich. Für ein bisschen mehr Aussicht vielleicht den Boden an der Seite noch ein bisschen mehr mit Glas ausstatten. Aber ich meine, zum Landen und so reicht es auf jeden Fall. Es ist in Ordnung. Schauen wir mal von außen auf das Ding drauf. Da sehen wir hier nochmal die beiden Geschütze oben auf jeden Fall. Die Geschütze unten, das sind Größe 5, wie gesagt. Und dann haben wir oben einen Turm. Der ist ja eingeklappt in Wirklichkeit. Ja, genau. Der befindet sich hier unter diesem... Ich kann es gerade nicht zeigen. Aber hier vorne, direkt hinterm Cockpit, dieses längliche Ding, das in der Mitte geschlitzt ist, vor dem Andockring, also diesem runden Deckel da, da fährt der obere Turm raus auf jeden Fall. Das können wir uns gleich nochmal angucken, wie das aussieht. Und der untere Turm, der ist halt ganz genauso versteckt hier. Also da gibt es auch so einen Shot, das im Prinzip immer auffährt. Wenn jetzt jemand einsteigen könnte, dann könnte ich euch das auch zeigen. Also ist schon ordentlich bewaffnet, das Ding. Wie gesagt, ein großer Schild haben wir. Die Komponenten sind auch ausreichend. Also jetzt nichts Spektakuläres bei dem Ding, aber es ist halt sehr solide, muss man sagen. Also das Ding, das passt schon auf jeden Fall. Also kriege ich hier irgendwie einen vernünftigen Shot hin. Schauen mal. Das Schiff ist halt so riesig. Das ist immer schwierig, das vernünftig in den Rahmen hier zu kriegen. Ja, aber das ist es auf jeden Fall. Durchaus ein solides Schiff, so wie halt Robert Space Industries ist. Also wenn ein Schiff Robert Space Industries tatsächlich sehr gut verkörpert, dann ist es halt so eine Andromeda oder meinetwegen die Taurus auch. Weil die sind halt variantenreich. Bei den Auroras ist er noch krasser. Da gibt es ja noch mehr Varianten auf jeden Fall, auch wenn die da nicht so breit gefächert sind. Und ja, solide gebaut, stabil gebaut auch einigermaßen. Und ja, die haben keine größeren Schwächen. Die haben jetzt auch keine mega krassen Stärken. Da haben wir hier den Crew-Bereich. Hier kann man einen Tisch hochfahren. Normalerweise ist hier deaktiviert worden. Wir haben hier eine kleine Sitzecke. Hier haben wir die Luftschleuse, wo wir reingekommen sind. Also Essen direkt neben dem Eingang. Hier ist nochmal so eine Undock-Schleuse. Dann haben wir hier direkt die Betten. Dazwischen müssten sich hier noch Spinde befinden. Für jedes Crewmitglied ein. Also auf fünf Leute ausgelegt, das Ding. Logischerweise drei im Cockpit, zwei an den Türmen. Und einer aus dem Cockpit kann dann halt panisch zu den Komponenten nach hinten laufen, wenn da irgendwas schief geht. Hier haben wir einen Waffenständer. Und dann kommen wir hier zum Frachtraum. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen dunkel auf jeden Fall. Gibt es hier einen Lichtschalter irgendwie. Sektion C nennt sich das hier. Also drei Sektionen. A ist vorne das Cockpit. B ist hier dieser Crew-Teil. Und C ist hier hinten der Frachtraum. Und der senkt sich halt so im Ganzen ab. Das ist halt auch so eine Besonderheit. Also da könnte man auch einen Rover reinschmeißen zum Beispiel. Die Aquila kommt glaube ich standardmäßig mit dem Ursa Rover auch. Also sie bringt glaube ich den Rover und die P52 mit. Ja, funktioniert hier mehr schlecht als recht heute. Aber diese ganze große Laderaumwanne senkt sich halt ab. Auf jeden Fall. Und da hat man halt die ganze Fracht unten. Kann die super easy entladen oder halt mit dem Rover runterfeiern. Dann haben wir hier diese Undockringe. Auf der anderen Seite ist symmetrisch einer. Hier haben wir die Raketen. Die sind halt genauso wie in der Andromeda. Oder ich glaube 48 Raketen oder sowas sind das Größe. Soll ich jetzt lügen? Größe 3. Würde ich denken. Und ja. Also unglaublich viele einfach. Und hier hinten wäre halt bei den anderen Varianten in Sektion D die Andockrampe für das Schiff. Die gibt es hier halt nicht. Die wurde aus Kostengründen gespart, damit das Schiff einfach ein bisschen billiger wird. Und dann haben wir hier hinten. Das hier sieht eigentlich aus wie ein Frachtgitter. Da haben wir hier nochmal einen kleinen Frachtraum. Ach ja. Hier wäre die Andockrampe eigentlich in Sektion E. Da haben wir nochmal einen kleinen Frachtraum. Offensichtlich eingebaut. Hier in der Variante. Interessant. Und hier ist halt der Komponentenbereich. Also hier könnte man eröffnen. Sich die Komponenten angucken. Das Powerplant zum Beispiel Gravity Generator. Ist hier beschrieben. Lichtschalter gibt es ja noch nicht. Die müssen eigentlich noch nachgerüstet werden. Denke ich mir. Oder man kann das Lichtchen nicht von Raum zu Raum getrennt regeln. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja und das ist eigentlich so die Taurus. So der Knopf ist ganz hier vorne. Denke ich. Ich dachte hier müsste der Knopf sein. Ist er aber nicht. Hier unten müsste es eigentlich echt einen Knopf geben. Um das runter zu lassen. Das Ding. Ich weiß halt nur gerade nicht. Ja vielleicht deaktiviert tatsächlich. Na gut meinetwegen. Also das hier unten. Der Hauptfrachtraum auf jeden Fall. Der sich dann im Ganzen absenkt. Ja recht interessantes Schiff. So und dann gucken wir uns noch die Auroras an. Das heißt wir fahren hier einfach mit diesem Airlock wieder runter. Und da können wir uns noch mal angucken. Hier wird jetzt versiegelt. Hier unten ist noch alles zu. Und dann fahren wir hier erst aus dem Schacht raus. Damit da keine Atmosphäre entweicht. Oder halt giftige Atmosphäre eindringen kann. Das sind die Constellations. So da muss ich mich kurz orientieren. Da drüben müssen wir glaube ich hin. Ich stiefel da rüber. Wir treffen uns dann bei den Auroras wieder. Und die Mantis. Genau. Die hatte ich ja beim letzten Mal auch schon angeschaut. Schauen wir einfach noch einmal kurz flüchtig drüber. Ich betrete gerade Apex Hall 2. Und dann schauen wir uns hier die Auroras an. Und die Mantis einmal. Wie gesagt. Alles sehr kleine Schiffe. Zweckmäßige Schiffe. Die Auroras gibt es in verschiedenen Varianten. Die sich ja mehr oder weniger unterscheiden. Und für verschiedene Dinge benutzt werden können. Das hier vorne sieht direkt aus wie die LN. Die etwas besser bewaffnete Variante. Hier ist das Schild. Die sich halt für Kopfgeldjäger Einsteiger zum Beispiel eignet. Genau. Die LN ist auch direkt als Lightfighter. Klassifiziert. Hat jetzt halt nicht die mega krasse Performance tatsächlich. Ich kann ja einmal in eine reinkrabbeln. Und das können wir nicht. Ich will aber... Na gut. Komm ich ja rein. Also die Teile hier sehr eng. Wir haben da vorne halt den Pilotensitz. Da krabbele ich jetzt mal nicht rein. Da muss man sich halt an der Seite vorbeiquetschen. Das Ding dreht nicht oder irgendwas. Und dann haben wir hier hinten so eine Mini-Schlafkabine. Die hatte früher auch ein Fenster nach oben. Das war eigentlich ganz cool. Das gibt es ja nicht mehr. Dafür gibt es jetzt so Fenster zur Seite, wie es aussieht. Da konnte man eigentlich dann unter dem Sternenhimmel quasi liegen. Also das Schiff innen drin, super eng. Sehr zweckmäßig, sehr, sehr zweckmäßig. Aber halt auch eins der billigsten, kleinsten Schiffe, die man kaufen kann. Die LN hat wenigstens Raketen obendrauf. Die hat vier Geschütze. Warte mal, hier auf der Seite fehlt auch eins. Die müsste eigentlich auf jeder Seite oben und unten ein Geschütz haben. Bilde ich mir zumindest ganz fest ein. Das ist ja das Spezielle an der LN. Ja, die müsste eigentlich vier... Achso, die anderen beiden sind hier vorne. Ah, okay, alles klar. Ja, also diese Tragflächen-Geschütze da, das sind die extra angebrachten Geschütze an der LN. Raketen sind obendrauf. Und dafür verliert das Ding ein bisschen Fracht, würde ich vermuten. Wobei ich mir da gar nicht ganz sicher bin. Ich glaube, das hat hier unten auch eine 10-SCU-Schiene für Fracht. Also hier kann man so einen Container einhängen in dieses Ding. So eine Store-All-Multibox oder Store-All-Box oder sowas heißt das Ding. Und da könnte man theoretisch auch so eine Gefangene-Transport-Box ist zumindest vorgesehen einhängen. Und dann, ja, Fracht halt extern. Relativ begrenzt, aber halt machbar auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Eine MR oder sowas vielleicht? Ja, das ist die MR. Ist auch als Lightfighter klassifiziert. Ja, hat aber nicht diese Zusatzgeschütze hier außen dran. Hat oben keine Raketen drauf. Also das Ding ist eigentlich so ein Allrounder mehr. Man kann Fracht transportieren. Die kann ich wirklich gut kämpfen. Das ist so die Standard-Aurora, würde ich sagen. Wenn man halt nicht so richtig weiß, was man machen möchte, dann kann man mit dem Ding, weil es halt sehr billig in der Anschaffung und im Unterhalt ist, einfach ein bisschen durch die Gegend fliegen, ein bisschen Fracht transportieren, ein bisschen kämpfen kann man. Man kann ein bisschen erkunden einfach. Das Ding hat jetzt keine spektakuläre Reichweite oder sowas, keine spektakulären Sensoren. Also sehr bodenständig, Standard-Ausrüstung, alles, aber kann man durchaus benutzen. So, dann haben wir hier hinten die LX-Variante, würde ich behaupten, wenn ich mir so den Sitz angucke. Genau, die LX. LX steht für Luxus oder Luxury. Da haben wir hier vorne die beiden Kanonen. Wir haben oben die Hälfte der Raketen, die die LN drauf hat. Und ansonsten sieht das Ding halt aus wie die Marquis. Es hat tatsächlich einen luxuriösen Sitz drin. Also die Teile sind ja auch konfigurierbar auf jeden Fall in Ausstattung, Außenausstattung und so weiter und so fort. Und hier sehen wir schon, der Sitz ist deutlich luxuriöser auf jeden Fall. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen aufgepimpte Marquis, befindet sich so zwischen der LN. Die hat, glaube ich, sogar einen Schildgenerator mehr als die anderen. Ich weiß nicht, ob sie das mit der LX teilt, wenn wir uns hier den Sitz nochmal angucken. Also so eine, ja das Zwischending eigentlich zwischen den beiden. Weil man es halt ein bisschen gemütlicher haben will. Was weiß ich, der Rücken ist nicht mehr so gut oder irgendwas. Oder vom Budget her einfach, es ist auch ein bisschen günstiger als die LN. Also wenn man ein paar Raketen noch haben möchte, ein bisschen bessere Innenausstattung. Dann greift man auf das Ding zurück auf jeden Fall. Hier in der Mitte haben wir schon eine Mantis. Da kann man schon mal einen Blick drauf werfen. Das ist halt dieser Quantum Interceptor, Interdictor, für den wir am Anfang den Werbespot gesehen haben. Der also Schiffe aus dem Quantum Travel rausholt, um die dann zu kontrollieren. Oder meinetwegen, wenn man halt so ein bisschen piratiös veranlagt ist, die abzufangen und dann aufzubringen. Und da sehen wir auch ein superschönes Cockpit. Also ich mag das Schiff vom Design her richtig, richtig. Wir gehen da auch nochmal rein. Ich finde das vom Design her halt richtig schön. Aber die Rolle ist halt einfach super spezifisch und eingeschränkt. Also sehr untypisch für Robber Space Industries. Aber ist halt so passiert. So, hier haben wir die ES. Das ist die super, super, super abgespeckte Standardvariante von der Aurora. Die hat halt wirklich nur hier diese Kanonen dran. Relativ billige auch tatsächlich. Innenausstattung ist nicht so richtig geil. Aber Fracht. Hier kommt dann der Frachtcontainer wieder ran. Ja, das ist eigentlich wirklich nur ein kleiner Starterfrachter. Ich glaube 10 SCU-Box kann man da ran schmeißen unten. Und die halt auch abkoppeln. Also B-Laden, Entladen geht furchtbar schnell. Mit dem Ding auf jeden Fall. Ja, das ist die Standardvariante. Und dann, welche Variante ist da noch übrig, überlege ich gerade. Ich weiß es gar nicht. Das ist die CL. Achso, das hier ist dann wirklich die Clipper. Also CL steht für Clipper. Die Frachtvariante, die müsste eine verlängerte Frachtschiene haben. Die kann dann glaube ich, ja genau, die kann nämlich den doppelt langen Container hier transportieren. Für 20 CL Fracht sieht man einen deutlicher Unterschied. Ansonsten ist sie halt genauso wie die ES. Ausgestattet von der Bewaffnung, warte mal, hat die andere Standardkanonen dran? Ja, die hat gleich andere Standardkanonen dran. Das da drüben sind glaube ich Bearings und das hier sind, ich weiß gar nicht. Achso, das sind hier Bulldogs, eine Nummer kleiner, Badger, irgend sowas. Also Laser Repeater, hier sind Laserkanonen, ich denke von Bering dran. Und ja genau, eigentlich wollte ich hier diese Frachtschiene zeigen. Die hier ist halt so mittig angebracht, deckt halt eindeutig nicht die ganze Länge des Schiffs an. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Nach hinten haben wir noch ein bisschen Platz. Und die CL, das ist halt wirklich dann schon auf Fracht spezialisiert auf jeden Fall. Da sehen wir, die Schiene geht wirklich von ganz hinten bis nach hier vorne an diesen Knick richtig hart ran. Und da kann man dann einen doppelt langen Container für 20 SCU, glaube ich, müssten es sein, unterbringen. Also man findet so eine Aurora auf jeden Fall für jeden Geschmack. Wenn man halt mehr auf Handel sich ausrichten möchte, ist das das Einsteigerschiff, sage ich mal, im Gegensatz zu Mustang von Consolidated Outland, die halt ein bisschen wendiger ist, ein bisschen flashy ist, das einfach ein bisschen mehr auf Hightech setzt, nicht so bodenständig ist und ein bisschen mehr auf Kampf optimiert ist. Oder davon gibt es sogar eine Rennvariante von dem Mustang. Und die Aurora sind halt bodenständiger. Davon gibt es auch eine Kampfvariante, die würde ich als ein bisschen schwächer als die Mustang einstufen. Ist aber im Prinzip schon vergleichbar irgendwo. Und ja, die Handelsvariante, die CL, das ist halt so das Besondere, sage ich mal, an der Aurora-Linie. So, da haben wir hier die Mantis, Interdiction, haben wir schon gesagt, ein wunderschönes Cockpit. Das Innenleben ist auch super schön aufgeräumt. Wir haben hier den Fahrstuhl auf jeden Fall. Der ist schon mal super schön. Und dann kommt man hier halt in dieses super aufgeräumte Innere rein. Hat hier halt sein Schlafdingsi-Boomsi. Hier haben wir eine kleine Toilette tatsächlich. Man muss halt bei offener Tür kacken, weil ihr seht jetzt, mit der Kniefreiheit ist nicht so viel. Aber da das Schiff sowieso nur auf eine Person ausgelegt ist, ist das vielleicht okay. Ja, hier hinten, da kommen eigentlich Komponenten. Ich weiß gar nicht, ob da unbedingt eine Komponente reinkommt, aber das sieht auf jeden Fall sehr offen aus hier hinten. Ich weiß nicht, ob es so muss. Da haben wir hier eine kleine Küche. Wir sehen es hier, den Food Processor. Hier kommt Kaffee raus, da kann man schon noch andere Bekränke mitmachen. Da haben wir hier die Komponenten mit einer kleinen Engineering Station dazu. Das ist super aufgeräumt, das Ding auf jeden Fall. Das gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir halt dieses richtig schöne Cockpit, das halt sogar noch ein bisschen besser ist, würde ich sagen, als in der Star Runner. Engine on, engine off. Nee, ich würde mich eigentlich gerne einmal reinsetzen. Ich bin gerade irgendwie zu dumm, mich da reinzusetzen. Wurde der Sitz komplett deaktiviert aus irgendwelchen Gründen? Ach, keine Ahnung, ich stelle mich einfach mal hier hin. Und da sehen wir hier halt nach links, rechts ein bisschen eingeschränkt, einfach durch diese Bubbel da. Aber ansonsten, man hat einfach eine super gute Rundumsicht. Man kann auch nach unten gucken, richtig gut nach oben. Das ist schon ein schönes Ding auf jeden Fall. Hier die Konsolen kann ich bedienen. Das sollte eigentlich so nicht möglich sein. Aus dem Stehen, eigentlich sollte ich mich hier hinsetzen können. Na gut, wenn es nicht geht, dann geht es halt tatsächlich nicht. Schade, aber nichts zu machen. Ja, das ist die Mantis. Ein super schönes, aufgeräumtes Schiff. Sehr schlicht in. Hat aber im Prinzip alles, was man braucht. Eine Dusche wäre vielleicht ganz cool, aber so lange ist man mit dem Ding wahrscheinlich auch nicht unterwegs. Da kriegt man hier irgendwann eine Rappel drin. Und halt leider in der Rolle sehr, sehr eingeschränkt nur. Das ist halt eigentlich der Haupthinderungsgrund für mich, mir das Ding zuzulegen. Weil die Bewaffnung ist okay, die Schilde sind okay. Das ist jetzt halt nicht als Kampfschiff ausgelegt. Sondern das ist halt einfach ein Schiff für Teamplay. Damit man halt mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Die Mantis holt die Schiffe raus aus dem Quantum Travel. Und die anderen Schiffe machen dann halt, was sie da machen müssen. Und vom Design her also... Eigentlich so eine Mischung zwischen Crusader mit diesen klaren Linien und diesem weißen Farbschema mit dem sehr guten... Mit der sehr guten Kanzel vorne, mit dem Cockpitglas und Aegis Dynamics. Die kommen morgen dran übrigens. Mit diesem fancy Triebwerk hinten. Und diese dreieckige Form einfach so ein bisschen... Also das Schiff wirklich, wirklich schön, sehr gut gelungen finde ich. Aber halt ein One-Trick-Pony. Ja, da würde ich sagen, Jungs und Mädels, für heute war es das auf jeden Fall. Morgen gucken wir uns dann, wie gesagt, Aegis Dynamics an. Das wird auch nochmal eine spannende Sache. Da sind ein paar schöne Schiffe dabei. Ich weiß gar nicht... Die Redeemer bringen die, glaube ich, neu mit, hatten wir gesagt. Die war ja nicht bei Anvil dabei. Also wird die wohl bei Aegis dabei sein. Ja. Bringen sie mit auf jeden Fall. Gucken wir uns dann an morgen. Für heute war es das. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.